Hey, Haukartoffeln! Ein weiteres Dragon's Dogma 2 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr alle Klassen im Spiel freischalten könnt und auch alle Meisterfertigkeiten bekommt, also alle ultimativen Fähigkeiten, mit denen ihr selbst Drachen One-Shotten könnt. Wollt ihr das? Natürlich wollt ihr das! Also los geht's! Und wenn ihr euch Dragon's Dogma 2 oder andere Spiele günstig holen wollt, dann schaut doch mal bei meinem neuen Partner Instant Gaming vorbei. Egal auf welcher Plattform ihr Spiele sucht oder ob es Guthabenkarten sein sollen, hier werdet ihr immer fündig und das noch für einen ordentlichen Rabatt. Und wenn ihr meinen Link in der Videobeschreibung oder im angebinden Kommentar nutzt, führt das euch direkt zu meinem Gewinnspiel, wo ihr auch noch die Chance habt, ein Gratis-Spiel nach Wahl abzustauben. Also schaut auf jeden Fall vorbei und gönnt euch! Als allererstes mal wollt ihr in Vorbereitung nach Wormworth gehen, also einfach der Hauptquest folgen, bis ihr hier angekommen seid und mit dem Hauptmann reden könnt. Und das wollt ihr auch, denn mit der ersten Hauptquest der Monsterjagd, werdet ihr so ein bisschen die Teile der Welt erkunden und schaltet auch die Möglichkeit frei, in Melf, wenn ihr zurückkommt, den ersten Drachen zu bekämpfen. Und das wollt ihr auf jeden Fall, denn damit schaltet ihr die mythische Klinge frei. Ihr könnt diesen Drachen auch direkt besiegen, wenn ihr die Balliste in Melf benutzt, dann bekommt ihr sogar den ultimativen Skill direkt hier gratis, einfach so, von Sigurd geschenkt. Falls es hier noch nicht klappen sollte, falls ihr den Drachen einfach so bekämpft habt und der irgendwann weggeflogen ist, so wie ich das gemacht habe, keine Sorge, ihr bekommt den Skill natürlich trotzdem später. Erstmal könnt ihr Sigurd in seinem Haus in Dorf Harve später wieder treffen. Hier könnt ihr ihm theoretisch auch ein paar Blumensträuße überreichen und es kann schon sein, dass das ausreicht, um die ultimative Fähigkeit zu bekommen. Aber später im Verlauf der Story müsst ihr sowieso nochmal mit ihm gemeinsam in Dragon Breath Tower den Pusteldrachen besiegen. Also so oder so werdet ihr hier spätestens nochmal auf ihn treffen und mit ihm gemeinsam diesen Drachen besiegen und dann am Schluss bekommt ihr auf jeden Fall den ultimativen Skill von ihm. Und es trifft sich echt gut, dass ihr hier nach dem Drachenangriff in Dorf Melf ebenfalls den ultimativen Skill für den Kämpfer bekommt von Lennart. Das ist der etwas ältere weise Herd, der immer auf Ulrike acht geht und nachdem der Drache vertrieben ist, entweder weil er geflohen ist oder weil ihr ihn besiegt habt, gibt es ein Zwiegespräch zwischen denen allen und danach wird Lennart euch ansprechen. Sofern ihr auch davor ein paar Nebenquests mit ihm gemacht habt, das eine ist von Wernwolf aus mit dem Ochsenkarren zu ihm gehen und einen Brief überreichen und das andere ist die Echsennester auszurotten, sag ich mal. Und dann sollte er nach dem Drachenangriff auch eigentlich direkt den Kodex des Soldaten überreichen, womit ihr den zügellosen Zorn vom Kämpfer freischalten könnt. Also wie gesagt, vielleicht noch ein paar Nebenquests mit ihm machen und dann spätestens nach dem Drachenangriff sollte es eigentlich soweit sein. Den Krieger müsst ihr erstmal freischalten, da könnt ihr in Wernwolf zur Laufbahngilde gehen und wenn ihr euch das da anguckt, wird er euch sagen, der Mann, dass ihr sowohl den Krieger als auch den Erzmager noch nicht freischalten könnt und ihr da erstmal die Waffen besorgen müsst. Also macht die Quest, geht zur Trevomine und holt da drinnen den Zweihänder und Grimhorn oder Gramhorn für den Erzmagier, so schaltet ihr beide Klassen direkt hier frei. Und damit ihr den ultimativen Skill bekommt, müsst ihr im Anfangsgebiet ein paar Quests für Bären machen. Er wird hier in diesem Blumenfeld sein, also wirklich direkt neben dem Außenposten der Grenzwache, wo ihr im Spiel quasi aufwacht. Und hier wird er euch erstmal auftragen, ein paar Waffen zu besorgen und einen Rekruten, der bereit ist, trainiert zu werden. Diesen Rekruten findet ihr auch in Wernwolf und die Waffen könnt ihr von überall besorgen. Wenn ihr jetzt ein paar weitere Quests gemacht habt und dann ins Anfangsgebiet zurückkehrt, wird er hier beim Blumenfeld eine weitere Quest für euch haben. Und zwar gibt es dann einen Zyklopenangriff. Die letzte Lektion heißt diese Nebenquest. Und sobald dieser Zyklop abgewehrt ist, wird Bären sagen, dass er mehr oder weniger entlassen wurde. Und dann müsst ihr tatsächlich einen Tag warten und dann erst zu ihm zurückkehren. Dann wird er nämlich sagen, dass er von hier abhaut und zum Kontrollpunkt Ruhestadt geht. Und tatsächlich müssen wir ihm dahin folgen. Ihr müsst also etwas weiter weggehen von Wernwolf, könnt ihr den Ochsenkarren dahin nehmen. Und um da drüber zu kommen, über das Tor, müsst ihr entweder schon weit genug in der Hauptstory sein, dass ihr die Krönungsfeier gesehen habt. Dann bekommt ihr nämlich einen Passierschein. Und mit der B-Strain-Maske, die ihr bei Ibrahims Kuriositätenladen kaufen könnt, was auch hier im Kontrollpunkt Ruhestadt ist, könnt ihr einfach so das Tor passieren. Alternativ dazu könnt ihr auch die Kutsche nehmen, die hier manchmal fährt. Da müsst ihr allerdings ein Stückchen rauslaufen über die Brücke, dann spawnt diese schwarze Kutsche. Da könnt ihr einfach reingehen, das macht irgendwie niemandem was, auch wenn manche was sagen, dann könnt ihr auch da durchfahren. Achtung nur, wenn ihr aussteigt, werdet ihr möglicherweise angegriffen. Also lauft einfach ein Stückchen weg, bis sich die Lage beruhigt hat und alles sollte passen. Wenn ihr einfach nur geradeaus lauft, werdet ihr auch auf Bären wieder treffen. Das ist hier seine Hütte aus Kindheitstagen und hier chillt er ab jetzt. Wenn ihr ihn das erste Mal anspricht, war es bei mir so, dass er mir einfach nur einen Blumenstrauß gegeben hat und ein paar Riffpunkte. Und dann wollte er glaube ich eskortiert werden, also musste ich das erstmal machen. Und dann das nächste Mal, als ich bei ihm war, dann erst hat er mir den ultimativen Skill gegeben. Also es kann sein, dass ihr hier wirklich ein bisschen was noch mit ihm machen müsst. Die Nebenquests scheinen noch nicht zu reichen. Es ist ja immer so, dass ihr sozusagen die Affinität mit diesen Charakteren aufs Maximum steigern müsst. Da kann es auch sein, dass Blumensträuze oder sonst was reichen. Ansonsten ist eine Escort-Quest meistens das, was die Leute noch brauchen. Also macht das ruhig, kommt dann wieder, holt euch den ultimativen Skill und damit sollte das abgeschlossen sein. Machen wir weiter mit dem Magier und dem Erzmagier. Dafür wollen wir wieder ins Anfangsgebiet zum Haus von Aini. Das ist ein bisschen weiter nördlich hier, von wo ihr aufwacht. Da wart ihr wahrscheinlich schon in euren ersten paar Spielstunden und habt das schon wieder vergessen. Aber Trisha möchte Magie lernen. Das Problem ist, die Quest wird erst getriggert, wenn sie alleine in der Hütte ist. Das bedeutet, wenn hier Oma oder Opa rumlungern, packt ihr die auf die Schulter mit R2, kommt dann wieder zurück, redet mit Trisha und dann sollte es losgehen. Sie möchte nämlich ein paar Grimoires von euch haben, um Magie zu lernen. Es gibt fünf Stück an der Zahl, theoretisch sogar sechs, weil ihr eines davon doppelt finden könnt. Der Clou ist aber, dass ihr nur drei davon abgeben müsst. Ich zeige euch trotzdem, wo ihr alle fünf bzw. sechs findet und auch noch die weiteren Nebenquests, die damit verbunden ist. Denn ihr Papa in Kontrollpunkt Ruhe statt, Myrdin, der auch passenderweise in Myrdins Haus ist, möchte ebenfalls diese Grimoires haben. Ihr müsst euch aber nicht entscheiden, sondern könnt ganz einfach alle holen und alle bedienen. Und ich zeige euch, wie. Myrdin wird euch erstmal nicht reinlassen. Das liegt daran, dass ihr fesche, schicke Kleidung braucht. Also die vornehmen Sachen, die ihr auch während der Hauptquest tragen müsst und die ihr in der Hauptstadt zuhauf findet. In mehreren Villen oder im Schloss, da solltet ihr auf jeden Fall ein paar davon haben. Wenn ihr die Kleidung anhabt, könnt ihr mit ihm reden. Es kann sein, dass, wenn ihr das direkt probiert habt, ohne schicke Kleidung, erstmal schlafen müsst und das dann nochmal machen könnt. Jedenfalls würde auch er die fünf Grimoires haben wollen. Und das erste davon findet sich in seinem Haus selbst. Wenn ihr da hochgeht, auch wenn er sagt, ey, das ist ein bisschen unhöflich, dass du da in meinen Sachen rumwühlst, ist eigentlich egal, könnt ihr trotzdem machen. Hier gibt es nämlich Es werde Licht. Das habt ihr gerade gesehen. Von den vier Büchern, die ihr aufgehoben habt, hat er eine goldene Schrift hinterlegt, sage ich mal. Das ist das Wichtige davon. Das zweite wichtige Grimoire findet ihr in Mouth bei diesem Händler hier. Also wirklich direkt, wenn ihr reingeht, könnt ihr hier mit diesem Händler quatschen und euch das Buch für 5000 Gold kaufen. Das findet ihr auch noch hier. Ihr könnt aber darauf verzichten, falls ihr die 5000 Gold nicht haben solltet und ein anderes kaufen. Also wie gesagt, ihr braucht nur drei echte Bücher. Das ist jedenfalls das zweite, das ihr bekommen könnt. Und das dritte, das ihr euch einfach so abstauben könnt, ist in der Hauptstadt, in Wormworth, wenn ihr mit Kendrick eine Quest gemacht habt und dieser Turm hier offen für euch steht. Im armen Viertel müsst ihr dafür hin. Und falls ihr das nicht gemacht habt, geht zu Kendrick, gebt ihm ein bisschen Gold und eine Spende von Essen. Und dann solltet ihr den Quest triggern, die das hier aufmacht. Und dann müsst ihr die Hauptquest mit dem Magistrat machen, wo ihr den befreit, ihm von dieser Bibliothek erzählt. Und wenn das alles abgeschlossen ist, könnt ihr ihn hier wieder treffen. Der Magistrat wird dann ein bisschen was mit euch palabern, sagt, dass er eine Brille braucht, vielleicht noch andere Nebenquests mit euch abschließen. Und dann sagt er euch auch, ja, ihr wollt ein Grimoire? Kein Problem, habe ich hier gerade rumliegen. Und hier bekommt ihr das dritte der fünf Grimoires. Und die letzten zwei gibt es in der Wasserfallhöhle, ebenfalls relativ am Anfang schon erreichbar. Erreichbar, ihr seht es gerade. Und dann im ersten Stockwerk gibt es eine kleine Bibliothek, wo es in der Kiste die letzten zwei Grimoires gibt. Totenglocke der Nation und heulender Schneesturm. Die Totenglocke der Nation gibt es noch ein weiteres Mal zu finden, beim alten Schlachtfeld. Wenn ihr da zum ersten Mal hingeht, gibt es einen PC, der wird euch da hinführen. Und da könnt ihr noch ein weiteres Mal Totenglocke der Nation bekommen. Also insgesamt gibt es sechs richtige Grimoires zu finden. Ihr könnt also theoretisch, jetzt sowohl Trisha als auch ihrem Papa jeweils drei echte Grimoires geben und die Quest wäre erfüllt. Wenn ihr jetzt nicht alle besorgen wollt, könnt ihr genauso gut auch nur drei echte besorgen und diese dann in Ibrahims Kuriositätenladen in Ruhe statt kopieren. Denn der Papa nimmt auch die Fälschungen an. Aber ganz wichtig, wirklich nur an ihn die Fälschungen geben, wenn überhaupt. Denn wenn ihr sie an Trisha gebt, dann bekommt ihr nicht ihren ultimativen Skill und die Quest schlägt fehl. Also sie braucht wirklich echte Exemplare und mindestens drei dieser Grimoires. Theoretisch könnt ihr also drei echte auch an den Papa geben oder drei Fälschungen oder zwei Fälschungen an echtes. Ist egal. Hauptsache drei echte an Trisha und irgendwelche drei an ihn. Es müssen aber natürlich entweder Kopien von den Grimoires sein oder echte. Jedenfalls, wenn ihr diese Quest abgeschlossen habt, dann würde er ein bisschen mit euch labern, erst mal einen Mantel geben und die Quest erfüllt. Und dann wird er euch noch ein weiteres Mal ansprechen für die Chronik. Und da bekommt ihr Mahlstrom. Damit könnt ihr dann riesige Tornados herbei beschwören. So, jetzt müsst ihr aufpassen, dass Trisha auch möglichst allein in der Hütte ist, wenn ihr die Grimoires übergebt, damit die Quest auch weiterhin funktioniert. Wie gesagt, drei Stück reichen da. Hauptsache es sind auch Originale dabei. Wenn ihr Kopien braucht, theoretisch, kann man die euch überreichen. Also falls ihr da Probleme habt und euch irgendwas fehlt, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Wenn ihr auf der PS5 zockt, dann kann ich euch da vielleicht aushelfen, indem ich euren Vasallen ausleihe und dem was als Geschenk mitgebe. Na gut, ist das also überreicht, wollt ihr einmal übernachten und am nächsten Tag wieder zu ihr gehen. Das Problem ist jetzt, diese Quest triggert nicht immer. Es gibt wohl ein Problem dabei, dass die olle Omi von ihr manchmal einfach tot ist und diese Quest nicht weitergeht. Das erkennt ihr daran, dass ihr am nächsten Tag einfach nichts passiert. Also normalerweise sollte sofort was triggern. Deswegen, falls das bei euch auch so sein sollte und das scheint wirklich oft der Fall zu sein, geht wieder nach Warnworth und dann ins Leichenschauhaus. Also da, wo die ganzen toten NPCs auftauchen. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier Aini einfach drin ist. Ich habe keine Ahnung, wieso. War das bei mir der Fall? Das war bei meiner Freundin der Fall? Es ist einfach manchmal so, dass die hier plötzlich tot ist. Also geht zu ihr, zu ihrem Sarg, belebt sie mit einem Lazarusstein wieder und dann, sobald ihr wieder bei der Hütte seid, geht die Quest auch weiter. Trisha verliert die Kontrolle. Ihr müsst hier eigentlich nichts weiter tun, außer ein bisschen auszuweichen und zu warten, bis sie ihre Magiereserven ausgebraucht hat. Das seht ihr daran, dass sie dann außer Puste ist. Dann nehmt ihr sie mit R2 kurz gefangen, also überwältigt sie und dann geht die Quest weiter. Sie wird sich erstmal ausruhen, alles ist in Ordnung. Das heißt, ihr geht zum Lagerfeuer hier in der Nähe, überspringt ne Nacht, könnt wieder in die Hütte gehen und alles ist toti. Erstmal gibt Trisha euch die Quest-Erfüllung mit nem coolen Zauberstab, dann wird sie euch nochmal ansprechen und euch die ultimative Fähigkeit geben und danach wird euch die olle Umi ansprechen, die grad noch auf der Schwelle zum Totenreich stand und euch ebenfalls die ultimative Fähigkeit für den normalen Magier geben. So habt ihr also zwei für den Erzmagier und eine für den normalen Magier, ich weiß, es war ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich konnte somit alle Fragen klären. Falls trotzdem noch welche offen sind oder ihr Hilfe braucht bei gewissen Sachen, schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt machen wir weiter mit dem Bogenschützen. Dafür müsst ihr die Elben-Quest machen. Diesen Elben findet ihr direkt in Orenhof neben Roderick Schmiede. Ich habe auch schon mal ein eigenes Video dazu gemacht, das verlinke ich euch oben rechts in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung, deswegen machen wir es hier nur ganz kurz. Während dieser Quest-Reihe, wenn ihr die ganz normal verfolgt, werdet ihr seine Schwester retten und auch seinen Papa kennenlernen und mit dem könnt ihr nach der Quest auch quatschen. Er wird euch ein Zielkristall und einen Bogen geben. Bei manchen war es so, dass nach einem weiteren Gespräch mit ihm schon die ultimative Fähigkeit gegeben wurde, bei mir allerdings nicht. Ich musste ihn noch mal im Elben-Domizil besuchen, dort wollte er erst mal eine Eskort-Mission von mir haben und danach erst konnte ich wieder dahin, damit ich endlich die ultimative Fähigkeit von ihm bekommen habe. Also so ähnlich wie bei Bären vorhin, es war einfach noch mal mit einer weiteren Eskort-Mission verbunden. Als ich dort war, bei ihm, hat er mich auch direkt angesprochen, ob ich ihn nicht begleiten kann und das ist wirklich nur ein Katzensprung entfernt. Von dem her war es kein Problem, aber damit ihr Bescheid wisst, falls es bei euch auch so ist, dann müsst ihr noch mal eine Eskort-Mission machen. So, jetzt zum Dieb. Dafür müssen wir zum Dorf ohne Namen. Da werdet ihr während der Hauptmission sowieso früher oder später hingeschickt. Da müsst ihr den kleinen Umweg machen, weil der Weg blockiert ist und hier im Dorf müsst ihr euch ein bisschen in den Häusern umgucken, weil es kann sein, dass ihr einen Zettel braucht, damit ihr bei diesem Kollegen hier nach Messing fragen könnt. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist oder ob ihr einfach nur mit ihm quatschen müsst und alles halt beredet, was er so an Punkten hat. Jedenfalls war es so, dass es bei mir nach dem Gespräch getriggert ist, dass er mich automatisch angesprochen hat und mir die erste Diebesfähigkeit gegeben hat. Die ist allerdings für sich genommen ziemlich scheiße, weil ihr euch damit nur selbst anzündet. Aber sie funktioniert sehr gut mit der zweiten Meisterlehre und die findet ihr, wenn ihr aus der Villa rausgeht und ein Stückchen weiter nach rechts, da ist nämlich ein Loch im Boden, dann nehmt ihr die Leiter runter und bewältigt einen kleinen Hindernisparcours und da am Schluss findet ihr den eigentlichen Diebesmeister und der wird euch dann die Fähigkeit geben, dass ihr für kurze Zeit unverwundbar seid und dann macht das auch nichts, wenn euch das Feuer normalerweise Schaden zufügen würde, tut es das dann nicht und so funktioniert das Ganze in Kombination wunderbar miteinander. Aber ja, nach eurem Gespräch solltet ihr euch einfach anquatschen und euch die Diebesrolle übergeben, also hier ausnahmsweise mal sehr einfach ohne Escort-Mission. Jetzt machen wir weiter mit der wahrscheinlich leichtesten Rolle von allen und auch der ultimativen Fähigkeit, nämlich dem Illusionisten. Dafür müsst ihr einfach nur von Kontrollpunkt Ruhe statt ein bisschen weiter nach Batal zum Schreien der Andacht hier. Wenn ihr da reinlauft, werdet ihr erstmal eine Illusion antreffen und da bekommt ihr die Klasse an sich. Diesen Schritt könnt ihr aber überspringen und einfach nur an der Seite die Leiter hochgehen und da findet ihr die eigentliche Illusionistin, die sich da oben versteckt hat. Ehrlicherweise war ich hier oben nur auf der Suche nach einem Sucher-Medaillon und Zapzarab ist sie ja auch auf einmal gespawnt. Also ja, es ist wirklich super einfach. Sie wird euch dann auch die Meisterfertigkeit geben und falls ihr die Rolle bis dahin nicht eh schon hattet, auch die Rolle gleichzeitig noch oben drauf. Also der Illusionist ist wirklich super easy. Und wenn wir schon mal da sind, wollen wir noch ein Stückchen weiter nach Süden, nämlich zur Vulkaninsel und letzten zwei Rollen zu bekommen. Aber vielleicht lohnt es sich davor noch einen Abstecher in Bagbatal zu machen und uns da im Nordosten beim Verkaufsstand von Hicks Taverne einfinden. Denn wir brauchen drei Flaschen Moltlikör für den Kriegsmeister und den können wir gemeinsam mit dem magischen Bogenschützen eigentlich an dem gleichen Ort und Fleck freischalten. Diese drei Flaschen Moltlikör bekommt ihr im Spiel auch an anderer Stelle noch zusammen, aber am einfachsten ist es hier beim Verkaufsstand, wenn ihr diese, ich sag mal, Futtersäcke einfach in diesen kleinen Stall legt. Das Problem ist nur, wenn ihr da keine Biestrin-Maske anhat, wird euch der Verkäufer da die Wache dann in den Hals rufen und verprügeln lassen, ins Gefängnis stecken. Deswegen immer die Biestrin-Maske vorhin aufsetzen, aber die habt ihr wahrscheinlich eh schon. Wie gesagt, die gibt es ja beim guten alten Ibrahim zu kaufen, den Kontrollpunkt Ruhe statt. Wenn ihr also die Biestrin-Maske aufhattet, dann könnt ihr hier einfach reingehen, das ist dann der geheime Zugang und hier könnt ihr genau drei Flaschen Moltlikör für 15.000 Gold kaufen. Vielmehr braucht das auch nicht. Ihr könnt euch den zwar auch selber kombinieren aus Fruchtwein, den ihr manchmal bei Quests bekommt und Echsen schwänzen. Ihr bekommt auch eine Flasche Moltlikör später, wenn wir uns um den magischen Bogenschützen kümmern, aber hier habt ihr die drei Flaschen schon mal sicher. Mehr braucht es gar nicht für die Quest. Also, machen wir uns weiter von Bagbatal weiter nach Süden auf die Vulkaninsel. Ich habe euch den Weg gerade aufgezeigt. Das ist noch ein Stückchen weiter südlich durch die Grotte durch. Der Weg ist ein bisschen beschwerlich, weil da relativ viele Gegner sind, aber wenn ihr vorsichtig seid, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und direkt, wenn ihr auf der Vulkaninsel angelangt seid, werdet ihr auch diesem Zwerg hier begegnen. Er braucht erst mal drei Kräuter von euch. Ich bin mir sicher, ihr habt mittlerweile mehr als genug davon. Die gibt es ja überall am Wegesrand zu looten. Dann könnt ihr ein Stückchen weiter nördlich zu seiner Hütte gehen, ein Zwiegespräch zwischen ihm und seiner Gattin belauschen und dann in seiner Hütte erst mal einen Molchlikor looten. Der Gute besäuft sich also ganz gerne mal und ihm dann anbieten, weil sein Rücken immer noch weh tut, ihn zu den heißen Quellen zu begleiten. Das ist auch kein Problem, das ist nur ein Stückchen weiter östlich, also wirklich kein großer Marsch. Das Einzige, was manchmal nervt, ist, dass er darauf beharrt, dass ihr nicht ganz so schnell lauft, weil es seinen Rücken nicht mitmacht. Also tut ihm den Gefallen, geht ein bisschen langsamer oder tragt ihn selber ein Stück des Weges auf euren Armen. Auch das ist eine valide Taktik. Jedenfalls werdet ihr dann zum Vulkaninsellager kommen. Hier ein paar Holzgerüste hoch und schon seid ihr bei den heißen Quellen. Davor wird euch noch ein Typ anquatschen, der wird gleich noch wichtig für die letzte Kriegsmeisterlehre, aber erst mal den Zwerg hier abgeladen. Er wird sich auf den heißen Quellen machen und seine Gattin spricht uns an, weil die uns verfolgt hat. Es hat sich Sorgen gemacht, aber das völlig unbegründet. Wir haben ihr natürlich nur geholfen nach dem besten Wissen und Gewissen und dafür bekommen wir als Belohnung die magische Bogenschützenrolle. Erst mal die Rolle, danach wird sie einen nochmal anquatschen für die ultimative Fähigkeit. Also, die bekommen wir hier gleich, genauso wie mit dem Illusionisten, direkt mit der Rolle hinzu. Und jetzt, ja, wo wir schon mal hier sind, quatschen wir mit dem Typen, der gerade was von uns wollte und geben ihm ein paar Molchliköre. Denn das ist das einzige, was ihr braucht, um die letzte Rolle zu bekommen, den Kriegsmeister und auch dessen ultimative Fähigkeit. Erst mal anquatschen, erst mal einen Molchlikör geben, da ist er schon mal ganz zufrieden. Dann nochmal ansprechen und hier habt ihr dann die Wahl, wie viele ihr ihm gebt. Hier reichen tatsächlich zwei weitere Stück, deswegen braucht ihr nur drei insgesamt. Ihr könnt ihm aber natürlich auch alle geben, die ihr habt. Aber die drei, die wir uns geholt haben in Wackpartei, die reichen hier auf jeden Fall. Kriegsmeister freigeschaltet, danach quatscht er nochmal an, gibt uns die ultimative Fähigkeit und so haben wir alles beisammen. Und ich hoffe wirklich, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Ich weiß, es war etwas länger und komplexer und hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber dafür wollte ich wirklich alle relevanten Informationen hier reinpacken und das hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich die ganzen Clips beisammen hatte. Aber dafür habt ihr hoffentlich alles, was ihr jetzt braucht. Falls trotzdem Fragen noch übrig geblieben sind, gerne in die Kommentare damit. Ich versuche wie immer auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erst mal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, cut und ciao. Ba-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do